Guck, was da wieder in der Zeitung steht. Genmais, Genkartoffel. Kein Wunder, dass die Landwirtschaft de Barrenhunter... Wir fordern eine Gentechnik-freie Wetterau. Und hier, erst gestern hat's wieder ein Radfahrer erwischt. Wir wollen mehr Radwege für die Wetterau. Ach Gerd, jetzt rege ich dich doch nicht so auf und nimm dein Tragee. Ja, und die Gesundheit wird auch immer teurer. Mein Hausarzt hat auch schon zugemacht. Guck mal da. Ich glaub, die Spinner, jetzt soll das mit der Atomkraft noch länger so weitergehen. Wir wollen mehr alternative Energien aus der Wetterau. Und früher war das mit dem Nahverkehr auch alles besser. Nicht meckern. Mitmachen. Ich habe Angst. Untertitelung. BR 2018